Kuckuck, wir sind wieder hier, der Markus und ich. Ja hallo. Bei ROLL Reisen. Zero Dawn. Und wir haben was vorreifig schnell gereist und haben was Tolles vor. Und zwar, wenn wir der Sache auf den Grund gehen, von diesem Seid, was der so gelabert hat, alles Hand und Fuß. Jetzt bin ich investigativ unterwegs. Entschuldigung, dass du mich schnell da abbrechen lässt, aber wir brauchen auch was. Fuchs, da ist die Gans gestohlen. So. Ist da jemand? Hallo? Ist das eine Falle? Hm. Sieht wie ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Auf dem Wagen sind Ketten. Langweilig vor Langeweile. Mir ist langweilig von deinem Gerede über Langeweile. Mir ist langweilig von deinem Gemecker über meine Langeweile. Ich meckere nicht über deine Langeweile, ich meckere über dein Gemecker. Tja, und jetzt meckere ich über dein Gemecker. Wenn ihr zwei nicht aufhört, werde ich meckern bei Said. Dann könnt ihr was erleben. Altfremde! Was machst du hier? Aber nichts. Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt. Was? Hier gibt's keine Banditen, Mädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Hm. Wer hätte sich's gedacht. Menschenhändler. Wir sind am Arsch. Oder auch Mumm. Wir sind am Arsch. Super. Na gut. Mal sehen, was seid hier draußen versteckt. Na ja, erstens machen wir noch ein paar Leichen. Die ich gerade hier hinten platzierte. Da hinten ist doch alles lieber. Was grünes. Wüstenglas. Das ist gute alte Wüstenglas. So, Said. Das hast du versteckt. Nicht nur Ketten. Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Boah, nicht da. Alles klar. Dein Ernst, oder? Die sind ja übelst frech, die Ottos. Alter. Otto. Wo haben sie die hingebracht? Folge einfach den mystischen Dreiecken. Lass mal Ein-Man-Abdalla fragen, wer weiß das? E-Man-Abdalla. Man weiß ja nicht, was da jetzt passiert. Warum das hier so brennt. Naja, weil es ein Lagerfeuer ist. Da wird der Wagen unterwegs. Da wird der Wagen unterwegs. Tutu. Lalalalalala. Die Spuren führen zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakoa dort. Oh, ja. Na, ich hoffe es. Das wäre gut. Wunderschön. Eine G-Way. Das Loch, das... Okay. Klingt, als wäre Nakoa hier. Und ich muss an den Wachen vorbei, um zu ihr zu gelangen. Aha. Die ist so geschlagen, ja? Ich glaube etwas hier nochmalть. Uuh. Eins. Sie. Uno, dos, tres, quattro, cinco. Cin-Cinco? Un, cinque, du... Drei. Unterbeschuss! Ah, ich hab das noch nicht in dem Schüsse. Töne. Was ist das? Putz das Prezi? Was? Ob die was wohl? Leise. Reise. Alter! Oh, Alter! Uh! Der wird's wissen. Der war aber so elegant gemacht jetzt. Oh, Alter! Nein, hier ist niemand! Wie kommst du da? Wird geil vorgefahren jetzt noch. Sehr realistisch. Ah! Alcora! Ich bin da die Lady! Liste Schuhe wie der Nathan. In seinen blauen Hosen. Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raushaben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Ja? Da hat wohl eins seiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los! Was soll los? Die ihm so schon handlich hergerichtet sind. Die hat sich gesetzt. Im Gesicht nämlich. Dass keiner sieht. Ja. Sie hat nämlich immer kaputt zu öffnen. Sie hat nämlich immer kaputt zu öffnen. Rede mit Nakoa. Sie weiß, was zu tun. Ja, hab ich jeden. Ich hab doch auch. Oh! Ein Bild, der Fressermann. Ein Kammel von ihm gelangen. Otto. Otto. Das ist... Das sag ich gleich. Könnt ihr ja nicht entscheiden, ob Sailor oder Dunkel sein soll? Ich wusste, dass du erlangen wirst, Mädchen. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Das ist das Ende, Said! Überzeuglich und leicht den Finger auf eingezogene Leute. Ein Mädchen! Sie ist begonnen! Der hat mich erwischt! Hohoho! 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 Sorry. Blöke sich der Himmel! Dafür wirst du bezahlen! Ich bin getroffen! Davon werde ich dich nicht erholen! Ich bin getroffen! Daneben! Triffen! Triffen! Nein! Triffen! Triffen! Wo sie sich im Gas verstecken nicht können. Auch hilfreich! Ich wurde getroffen! Ja, junger Mann! Also, so nicht! Ich wurde getroffen! Das reicht! Wie auch würde es noch sein? Für die Nura! Für die Nura! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Nein! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Nein! Das war daneben! Nur! Ich werde nicht sterben! Nur ein bisschen blotter! Der labert und labert! Erzähl's mir nochmal! Erzähl's mir nochmal! Ich bin einfach! Und hier bitte! Du weißt nicht, wo ich bin! Du weißt nicht, wo ich bin! Sieht zu geil aus! Ist das alles? Ist das wirklich alles? Nur eine Fleischwunde. Okay. Naja. Man hat sie erst nicht erholt. Also jetzt ist er. Den. Ich bin professionelle Töterin. Das würde ich dir vielleicht sagen. Ich habe den Start für einen Doktor. Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Mein Vater war Jäger. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändler rings? Der Absatz, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnekönig warf sie aus der Erde. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass sie neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Bagage später. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen. Aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklaven verkaufen, wie die anderen armen Seelen die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Nahrung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Oh mein Gott, Hoffnung, Alter. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucher zeichnet. Meine Geschichte dreht sich um den alten Mann und das Meer. Und einen Bus, der nicht langsamer werden dürfte. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Gerne. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen. Ich kann nicht sicher mal einschäumen. Einschäumen? Hey, Said, steh auf. Sobald die anderen bereit sind, gehen wir nach Meridian. Okay. Ich wollte gerne noch mal sicher gehen. Vielen Dank nochmal. Ich wollte eigentlich nur Said looten. Ja. Darf ich jetzt den... Hallo, Said. Feuerstürmer. Geh doch. Dann komm doch. Alter, einge... Alter, das ist ja... Das ist doch eine Komodo oder sowas. Wie hat denn der das mitgebracht, bitte? Sobald die anderen bereit sind. Ja. Auch ob sie umwagen. Komm doch mal zu mir, sobald ich im Meridian bin. Wie kommt sie an, oder? Geh doch mal ein bisschen rüber. Ey, hallo. Hey. Hallo, Said. Der hat nämlich Wüstenglas. Oh mein Gott. So viele Menschen. Ich bin der Wüstenglas. So viele Leichen. Der Wüstenglas. So viele sind drin gespricht, wird's gebäckert. Die zwei. Tja, das haben wir jetzt so schnell gemacht. Dann machen wir halt noch was. Dann machen wir halt noch was. Dann machen wir noch was machen. Dann machen wir den Mann. Da ist ihr der fette Loot verteilt. Alter, den Jägerpfeil steckst du jetzt ein. Lumpige Tochter des Windes. So, reißen wir gleich weiter. Wir können ja jetzt schnell reißen. Wir haben nämlich das goldene Schnellreisepaket übrigens. Wir könnten... Sehr kippen. Jetzt machen wir mal nach. Weil jetzt reißen wir das ja irgendwo, reißen wir so ein bisschen. So, dann können wir so direkt hin. Geht nur zum Lager. Reißen wir ein bisschen. Sobald du ein Banditenlager geräumt hast, werden ein Handler und ein Schnellreisepunkt verfügbar. Das war das heiße Lied für Banditenlager. Sehr gut. Kein Ohrwurm. Ja, es ist nicht unbedingt gut. Aber die Leute singen es trotzdem. Ich meine, was sollst du machen? Reißen, Fahren entschärfen, Ehrlichkeit. Aber wirklich jetzt die ausgehörigte Fahrenstrahlbetritte aufzuhalten und wiederzuverwenden. Das ist ja auch langweilig. Du brauchst so Lieder. Ja. Fange eine Reitmaschine oder nütze schnell reißen, um zu Siedlungen oder Lagerfeuern zu kommen. So kannst du weiterreißen beschleunigen. Läht... Läht... So. Schön. Sie hat über Regen. Sie hat den Regen viel mehr. Sie wird das jetzt gleich auf Facebook posten. Es regnet. WTF. AMG. Facebook. Roffel Roffel. Raffle Raffle. Raffle Raffle Raffle. Raffle Raffle. Raffle Raffle. Say fly. Fisch dich. Alter, lass dich nicht sterben. Es gibt kein Zeug. Boah. Alter. Jetzt caches zu dem Jagd. Die Feuerbrennwurzel. Alter Schwede. Zum Jagdgebiet. Jagd. 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 Jagd in die Hose. Bei dir vielleicht. Schön leise. Schön leise. Dann gibt's Preise. Da hab ich ja jetzt wieder was gesagt. Ja, Alter. Hallo. Gucken wir hier mal den Feuerling. Nein. Das haben wir nicht aktiviert. Letztens ist halt Merkel direkt herkönnen. Alter. Da darf ich ja auch Krimi dran. Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Kren. 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 Ammerkorn. Aber das macht ihm nichts aus. Trägst dein Sucherzeichen? Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Mh. Du bist heute schon den ganzen Tag unterwegs. Du riechst auf das Pisch. Super nass. Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Ja. Also der Aserter war mir lieber. Dann können wir vielleicht offen reden. Entschuldigung, ich wollte nur nicht Pitchy sagen. Es ist so. Ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Ja. Du könntest nicht... Darf ich dann jagen oder was ist jetzt? Versuch dich doch mal an... Wir haben ja noch nie gehört. Doch damit eins klar ist. Ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung... Alter, guck mal wie es auf ihn draufregnet. Mit dem Gesicht. Ja. Interessiert ihn gar nicht. Ja, zeig mir deine Prüfungen. Zeig mir deine Prüfungen. Nur Teile Prüfungen. Peps. Wir würden zu pippen. Ja, ich erst. Okay. Da steht ja noch da. Und jetzt die Zeit runter. Jetzt, wo es so regnet, gell. Das muss ich dir schon sagen. Ich meine, da wird ja ja kalt. Dann lieber das da. Ne, jetzt. Da wäre es reing. Nein, nein. Schauen wir mal. Ja, wo sind die jetzt? Die wirst du alle vorjagen. Wie war denn? Das ist ja super Wetter, das wir... Was? Du bist ja gar nicht. Das ist ja super Wetter. Das ist ja super Wetter. Was? Ja. Was? Ich weiß ja gar nicht. Was zählt denn, ich denke mal? Ey, schaut's nicht so blöd her! Nein! Der hat ja noch zwei drauf. Ja, aber der ist ja schon gelegen, das geht ja nicht mehr drauf. Doch, doch, das ist so. Die anderen haben auch gezählt und liegen. Scheiße. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Du bist schuld! Du! Du! Arschloch! Frischloch! Ey, jetzt da! Erster Treffer! Erster Treffer! Was redest du denn? Das ist ja nicht wirklich cool. Aber du brauchst doch die anderen, oder? Aber du brauchst auch das Silber und... Ja, du kriegst für alles was. Aber natürlich die besten Sachen kriegst du natürlich nicht. Ja, aber wenn wir alle haben wollen dann? Ja, na klar. Aber wenn es dann alle hast, du kriegst dann eine spezielle Rüstung. Also, du kriegst die Waffen, kriegst dann... Wenn du schneller kriegst, gewinnst du eine Glutsonne. Ich glaube, die guten Waffen kriegst du mit den Glutsonnen. Und sonst kriegst du einfach so exkränkt. Den du möglichst schnell teil... Perfekt! Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterkommst. Ja, wäre toll, wenn das Wetter besser wäre. Kannst du doch eines holen. Dann, na los! Nein! Jetzt ist... Die Scheiß-Wächter da! Ich selber bin schon runtergegelt. Ich schleudere mich. Hey, verpiss dich! Diese kleinen Fakka da! Was ist denn mit dir? Was hast du denn da jetzt für Probleme? Hey, echt? Nur, dass man am Sack geht da während der Prüfung einfach. Wo sind denn die Penner jetzt? Ja, verpiss dich einfach mal. Hey! Schiet, Alter! Nur wegen dem Scheißfecht dann! Hey, ja! Geht sich das dann. Alter, was soll denn das? Oh, was soll denn hin? Perfekt! Komm, dann warte kurz und hol dir noch eine Silber, ne? Eine Bronze, ne? Nein, die hört mich sowieso. Also, du musst die nicht alle schlechter machen, dann. Ich würde natürlich schon aufgeregen vom Besten. Ja, aber wir sind immer blöd drehen müssen. Richtige Scheiße, wir sind blöd. Juhi, das war ja richtig für nix. Das sind ja die Leichen. Ja, aber das, was wir machen wollten, haben wir ja geschrieben. Ja, das haben wir schon gemacht, oder? Und dann probieren wir den Rest nochmal in der nächsten Folge. Einmal ohne nur das jetzt noch. Ja, dann können wir doch alle zusammen in der nächsten machen nochmal. Meinst du? Ja. Ist das hier? Ja. Wir verabscheuen uns. Und sagen nochmal... Wir jagen dann ein bisschen weiter. Geschafft! Jetzt wirst du bestimmt deine Halbsonne. Guck, jetzt kriegen wir noch die Halbsonne. Toll. Danke. Wir machen direkt hier weiter dann. Wir sehen. Tschüssi. Tschüssi. Tschau.